ARD Text im Auftrag von Funk Dann kann ich sie nicht in deinem Privatgarten stellen Ach, wenn es dir gelingt, die Russen zurückzuschlagen und Berlin zu befreien, dann kannst du schon mal eine Ausnahme machen Die Logik der Frau hat Schau, du bist ganz schmutzig, den Rock kannst du aber nicht mehr anziehen Du musst dem alten Fritz nicht alles nachmachen und auch so unappetitlich rumlaufen wie er Das ist schließlich mein Arbeitsanzug, ich kann mich da nicht eine Schürze umbinden, wenn ich zur Lagebesprechung gehe und mit Farbstiften hankieren muss In diesem mond contemporaneen, c'è qualcosa che si è incaglato e forse spezzato Diese sind die Direktiven präzise, mit denen die wirkliche Friede ist, die nicht von der Justiz verabschiedet werden kann, sonst ist es ein Protokoll, die von der Verwaltung, von der Rancor oder der Angst. Nimm's zur Not aus den abgestellten Fahrzeugen, die braucht eh keiner mehr. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Guten Tag, Frau Junge. Herr Speer, wie sind Sie denn noch nach Berlin reinkommen? Einfach war es nicht, aber ich muss noch einmal zum Führer. An Ihrer Stelle würde ich damit lieber warten. Ich will Fegelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Ich will Fegelein! Fange ich mir das! Ich will Fegelein! Fange ich mir auf! Nein, ich will die Pflegelein!